Also mein lieber Herr Gump, das musst du schon verstehen. Also Asiat da drin bei uns in einem zünftigen bayerischen Imbiss, das wäre doch quasi pervers. Also bedauere und einen schönen Tag noch. Vielleicht kann ich ja hier pusten spät, ich meine nach dem Geschäftsschluss. Nix da, hast du Tomaten auf die Überraschung, steich die Reisfresser. Also, versuch's doch mal mit Zigaretten schmuggeln, da seid ihr Werdmanesen doch Spezialisten für. Du, dann stell dich doch in die Fußgängerzone zu den Russen und tu Hütchen spielen, jetzt fertig. Warum sagen sie du so mehr? Ja, wie soll ich denn sonst sagen? Tag zusammen. Wie hätten wir es denn gern? Was ist denn so lustig hier? Nix dran, nix hat Sinker. Wir haben bloß versucht, unseren lieben Nachbarn den Herrn Gug ein bisschen aufzuheitern, weil er doch so arm dran ist. Konfuse sagt, lieber Arm dran, anzt Schwanz ab.